Christian Dissinger ist ein deutscher Handballspieler. Der Rechtshänder spielt auf Rückraum links. Werdegang Das Handballspielen erlernte er bei der TSG Friesenheim. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und debütierte als 1-7-Jähriger in der Zweitliga-Mannschaft, mit der ihm 2010 den Erstliga-Aufstieg gelang. In der Rückrunde 2009-2010. spielte er mit Doppelspielrecht für die SG Kronau-Östring. Dissinger stieg mit der TSG LU Friesenheim aus der 2. Bundesliga in die Bundesliga 2010 auf. Zu Beginn der Saison 2011-2012 wechselte er zu den Kadetten Schaffhausen. Mit den Kadetten gewann er 2012 die Schweizer Meisterschaft. Im Oktober 2011 erlitt er beim Champions-League-Spiel gegen Barcelona einen Kreuzbandriss. Am 22. September 2012 gab er nach 351 Tagen Zwangspause gegen den HC Kriens Luzern sein Comeback. Im Juni 2013 unterschrieb Dissinger einen Dreijahresvertrag bei Atletico Madrid, obwohl er sich im April 2013 seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen hatte. Aufgrund der Insolvenz von Atletico Madrid war Dissinger zunächst vereinslos. Seit 15. Januar 2014 trainierte Dissinger beim Bundesligisten TUSN Lebecke und gab am 21. April 2014 sein Comeback beim Spiel bei Frisch auf. Göppingen. Im Juni 2014 unterschrieb er einen Vertrag bis Sommer 2016. Am 29. April 2015 gab der deutsche Rekordmeister THW Kiel bekannt, Christian Dissinger zur Saison 2015 Sechzehntel zu verpflichten. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2017 in Kiel, der im Januar 2016 um drei Jahre bis 2020 verlängert wurde. Dissinger bestritt mehr als 30 Länderspiele für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft. Mit der deutschen Auswahl gewann er 2011 die Junioren-Weltmeisterschaft in Griechenland und wurde als bester linker Rückraumspieler sowie als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Seit Oktober 2011 gehörte Christian Dissinger zum erweiterten Kader der deutschen A-Nationalmannschaft. Nach seiner Verletzung wurde er erstmals zu den Länderspielen im März 2013 gegen die Schweiz aufgeboten und gab am 9. März 2013 in Wetzlar gegen. Die Schweiz sein Debüt bei der Europameisterschaft 2016 erlitt er im vorletzten Hauptrundenspiel gegen Russland, bei dem er sieben Tore warf, eine Adduktorenverletzung und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Die Mannschaft gewann am 31. Januar 2016 gegen Spanien den Titel. Saisonbilanzen Stand Erfolge Europameister 2016 Vizedeutscher Meister A-Jugend 2010 Schweizer Supercup-Sieger 2011 und 2012 THW Kiel 2015 Supercup-Sieger U especthof-Sieger Voir Head Ho paws Beats Byats De Vielen Dank.